So fällst du Jungs auf. 100 Tipps für eine Hammer-Ausstrahlung. Es gibt nur eine Frisur, die alle Jungs lieben. Keine. Haare offen ist der absolute Top-Favorit von Typen. Viele Jungs stehen auf frische Girl-Wangen. Benutze immer Rouge. Das wirkt gesund und sexy auf Typen. Wer aufrecht geht und steht, wirkt nicht nur größer, sondern auch reifer. Und Jungs werden von reiferen Girls magisch angezogen. Arme seine Gesten nach. Dadurch nimmt er dich unterbewusst als total sympathisch wahr. Der Klassiker. Stolpere in deinen Schwarm hinein. Entschuldige dich überschwänglich bei ihm. Er wird dich total niedlich finden, weil du ein kleiner Tollpatsch bist. Guck ihn an. Guckt er zurück. Wende deine Augen ab. Er wird sofort wieder versuchen, deinen Blick zu erhaschen, weil du so sexy, unerreichbar und geheimnisvoll wirkst. Dein Traumtyp kommt an dir und deiner Freundin vorbei? Tu so, als hättet ihr den Spaß eures Lebens und lacht laut. Jungs lieben witzige Girls. Wirf öfter mal dein Haar lässig zurück. Das wirkt überlegen und zeigt, dass ein Junge sich ins Zeug legen muss, um dich zu erobern. So wächst du seinen Jagdinstinkt. Mach spontane Dates mit Wow-Effekt. Schick eine SMS an deinen Jungen. Das wirkt total cool und selbstsicher. Dabei aber immer noch sehr charmant. Willst du freundlicher und witziger bei Jungs rüberkommen? Dann wähle gelbe Accessoires.